So. Ja! Stirb! Was für ne Verschwendung. Halleluja. Oh. Oh oh, das werden die Max-Fuß-Klassen. Ja. Der Alarm und der Knie. Wo? 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 Okay. Puh! Schon wieder irgendwo ne Kamera. So. Ah, und da ist ja noch einer. In der Fall fällt mir denn so ne geile Feuerrad. So. Nee. Spring doch einfach. Wie steif der ist beim Springen. Warum? Ja. Schnauze. Was ist denn das? Wo geht's denn da lang? Ich hab's jetzt so drauf. Ah, das ist hier oben. Schaut mal einer an. Tja. Und jetzt müssen wir. Müssen wir denn jetzt lang? Nee, das war der Anfang. Okay. Okay, okay, okay. Ich hab's gefunden. Ja. Ja, gibt's noch irgendwas zu erzählen? Ähm. Puh. Eigentlich nicht wirklich. Ja. Doch, am Donnerstag. Äh, Quatsch. Ich bin falsch. Ich bin total falsch. Morgen wird Elder Scrolls 5 Skyrim verschickt. Verschickt. Juhu. Das bedeutet. Am Freitag kann ich's spielen. Das ist auch ein Grund, warum dann wahrscheinlich die LPs ein bisschen rarer werden. Nicht unbedingt. Ah, ich fiel aber zumindest ein bisschen. Stirb. Oh, Frieden. Stirb. Ach, ich freu mich so. Skyrim wär echt ein Hammer-Spiel. Äh. Elder Scrolls 3. War, glaub ich, eins der ersten, das ich gespielt habe. Muss ich zu meiner Schande gestehen, das Morrowind. Ich hab davor keins gespielt. Was war das jetzt? Was ist das hier? So. Sicherheitskartell. Fließband ist jetzt inaktiv. Komm. Sag's. Ah. Hm. Ein Fließbandrätsel. Äh. Wo muss ich ihn jetzt lang? Nee. Da war ich schon. Da geht's bloß wieder zurück. Ich geh jetzt mal den hier. Hä. Hä. Damit das nicht gefällt, speichere ich hier. HOTCHAROLIMO! So. Kann ich nicht irgendwie... Was ist das hier? Nein. Ah! Ah, das ist so ein Rätsel, ich verstehe. Ah! Na? Ah! Ah! So. Schloss mit dem Giraffel hier. Ja, also, geht doch. Das ist jetzt deaktiviert. Aber ich kann da doch sicherlich rein, oder? Bringt es mir irgendwas? Ja! Ja! Das ist ne Kamera! Soll ich hier rein? Ich will da aber noch gar nicht rein. Nein! Ich will da schon was von der anderen Seite ist. Das ist Ausdauerspot für den Silencer. Äh... Äh... Ah! Jawoll! Ah! 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 Ist das ein Hickhack, ey! Kann ich mich doch durch die Wunder rollen, oder? Komm ich gar nicht durch. Verdammt! Ah! Kann ich nicht. Ich wollte das da auf der anderen Seite zerstören, aber das geht anscheinend nicht. Okay, das sind ganz, 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 ganz doofe Rätsel. Die mag ich nicht. Okay, jetzt ist das wieder um. Komm ich irgendwie... ...auf dieses Teil hier drauf? Ich frag mich, was dieser... Was war denn dieser Schalter hier? Ich hab jetzt irgendwie den Drang, da rüber zu gehen. Ich weiß noch nicht wie. Ha-ha-ha-ha-ha! Oh. Na? Na? Das bloß der Schalter geht jetzt gar nicht mehr. Hä? Hä? Hat er vorhin so gut geschafft? Ja! So, bis der Wunke Baller geht's. Entschuldigung für diese Zeitverzögerung. Das musste jetzt sein. Was macht das hier? Okay, das ist irgendwie die andere Seite. Zugang verweigert. Unduldig gekartet. Hm. Hm. Ich könnte mir jetzt mal schnell was antun. Etwas, was ich eigentlich nicht so gerne mache. Jetzt muss ich wirklich husten, Scheiße. Ähm. Ist irgendwo ein Alarmknopf? Nein. Ach, mit dem Bots werd ich auch fertig. Magazine. Was ist das hier? Aha! Hab ich rüber. Geil, was es ist. So, jetzt schauen wir mal hier. Äh, ja, die Steuerung ist nicht mehr einfach. Okay, wie komme ich denn da rüber? Okay. Okay. Ah, okay. Ist gut. Ich schließe auf jeden Fall den hier am Rekord. Ich schließe auf jeden Fall die blaue Keycard und massenhafte Munition. Ich glaube, ich habe ein Secret entdeckt. Was macht das hier? Äh, okay. Das nehme ich jetzt einfach mal so. Alarmknopf. Der Alarm wurde deaktiviert. Ho, ho, mit mehr Akku. Ich bin so gut. Was ist denn da drin? Irgendwie ein Secret? Schaut fast so aus. Auch voll viele Keycards. Ah! Ich hasse. Alarm. Ich, ich. So, was steht da? Ja, super. Anwesendheit ist Pflicht. Alle Gruppenteile der Gruppenleiter müssen mitgehen. Äh, pfff, das kann ich nicht mehr reden. Raffineriekontrolle. Bedingter Zugriff. Gewährt. Juhu. Was ist das jetzt? Super. Moment mal kurz. Ja, mach weiter. Das ist jetzt nicht, was ich gemeint habe. Man kann die scheiß Dinger nicht abstellen. Warum ist jetzt da drüben eine Tür offen? Das finde ich ja sehr toll. Jetzt wird das Fließband aktiviert, oder wie? Das ist jetzt nicht einfach, in diesem Spiel zu rennen. Ich tanze ein bisschen. So. Das heißt, ich gehe jetzt mal wieder da rüber und da rüber. sehr schön. Fällt mir. Och, das ist ja immer schöner, du. Nachladen. Wie viel Munition habe ich ihm von der? 15 auch schon. Hammer. Aber warte mal. Ich habe noch eine Idee. Ich mache alles andere außer die Mission. Ich habe doch die gelbe Keycard aufgesammelt. Ha! Du hast es gesehen. Jetzt kriege ich wahrscheinlich auch gleich die blaue. Ach, Moment. Kann es sein, dass ich die rote Tür eigentlich gar nicht hätte wegsprengen müssen? Dass das gar keine Secrets gerade sind? Ich bin enttäuscht von mir. Das ist ja sogar so gefollt. Ach, Mann. Jetzt hat mich schon voll gefreut, voll das mit dir Secret gefunden zu haben. Ah! Stirb. Was heißt hier noch was? Ja. Definitiv. Das hat nicht geklappt. Oh, nee. Schalterrätsel, ha? So. Oh. Okay, ist mir recht. Ah, da bin ich ja Keycard wieder mal. die ich jetzt gebraucht hätte. Ah, was haben wir hier? Jetzt aktiv. Okay. Da war ich auch noch nicht. Ja. Ich hasse Computer. Laserkraft verliert. Hm. Als ob er mich gesehen hätte.